Hallo meine Freunde und willkommen zurück zuletzt bei Spyro the Dragon. Im letzten Part haben wir hier die Artisanenwelt zu 100% abgeschlossen. Ja, mittlerweile sind wir hier in der Klippenstadt, in der Welt der Friedenstiftung, wo wir jetzt ebenfalls die 100% abschließen möchten. Und zuerst sind wir eben, wie gesagt, hier in der Klippenstadt und wollen dort noch die restlichen 36 Diamanten finden. 36 Diamanten ist natürlich eine ordentliche Zahl, die mir da abhand gekommen ist. Aber die finden wir. So, jetzt erstmal hier nachschauen. Ist hier noch was? Nein. Die 36 Diamanten werden wir schon finden. Ein Otto hat die wahrscheinlich versteckt. Voll der Otto. So, hallo, bist du ein Otto? Ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas damit machen kann. Kann ich da reinspringen? Nein, es glitscht mich nur weg. Und mehr kann ich da auch nicht machen. Okay. Ah, da ist nix. Und mit den Kakteen? Kann ich auch nix machen, okay? Okay. Ja, genau. Hier konnte ich ja hoch. Mal schauen. Geh mal weg. Kann ich irgendwas mit dem Balken hier? Nö. Ich kann diese Barrieren aber nicht kaputt machen, oder? Nein. Jo, geh mal her. Bababababam. Wir finden schon die restlichen Diamanten. Es wäre doch gelacht. Irgendwo müssen die ja sein. So, komm mal her. Ich kann da aber auch nicht rein. Hm. Nee, hier ist auch nichts. Aber ich denke mal, ich habe hier auch alle Gegner damals besiegt. Das weiß ich. Das sieht halt komisch aus, aber da kann ich halt auch nichts machen. Hm. Äh, babababam. Vorsichtig schauen. Hier vielleicht irgendwas. Nein. Jo, was geht ab? Diese Töpfe verunsichern mich halt so, weißt? Es bringt doch nichts, dass ich diese Kakteen verbrenne. Hier ist nichts. Die Tür kann ich nicht einrennen. Nein. Wo könnte denn hier was sein? Hier irgendwo was? Aua. Da komme ich ja nur da hoch. Hier. Ist auch nichts. Achso, ich wollte schon sagen, was glitzert denn da drüben so? Ah, hier ist auch nichts. So. Aber hier ist auch nirgendwo was. Das gibt es doch nicht. Irgendwo hier muss doch. Das gibt es denn? Irgendwo hier muss was sein. Aber es ist hier nirgendwo was. Es ist hier nirgendwo was. Ah, fuck. Es kommt ein... Es kann fast nur noch sein, dass oben irgendwas ist und ich da irgendwas... ...übersehen hab. Da irgendwie? Nee. Äh, nee. So. Und da ist auch wieder was, wo ich nicht... Genau, da kann ich nichts mit machen. Dadurch komme ich da hoch. Da komme ich ja gleich so hin. Wo könnte noch was sein? Hier ist sonst nirgendwo was. Und hier ist ja nirgendwo eine Kiste. Ach, ah, warte mal. Nee, das sah nur so aus. Okay. Dass man hier in den Felsen hier so hoch kann. Okay, das sah jetzt nur so aus. Das sah jetzt nur so aus. Oder? Nee, hier kann man nicht hoch. Ja, leck mich am Arsch. Was soll denn hier noch irgendwie ein einziger Diamant sein? Mir fehlen 36 Diamanten. Das ist ein bisschen mehr als nur einer. Oh mein Gott. Mir fehlt ein bisschen mehr als nur ein einziger. Da sind aber auch keine... Nee, da sind keine Diamanten drauf. Ist das Spiel so ein Arschloch, dass es auf der Rückseite von dem Palast ist? Nee. Oder? Ich meine, ich bin jetzt am höchsten Punkt. Ist das... Ist das Spiel so? Nee, das kann ja gar nicht sein. Aber wo soll denn hier sonst was sein? Das ist interessant. Das ist interessant. Waren das gerade wirklich Diamanten? Ich dachte, ich habe... Ich dachte, ich habe da gerade wirklich Diamanten gesehen. Das ist nicht euer Ernst. Oh mein Gott. Really? Really? Mir fehlen immer noch drei. Nein. Komm schon. Das ist nicht wahr. Das... Das ist nicht wahr. Mir fehlen immer noch drei Diamanten. Das ist... Das ist doch nicht wahr. Warum fehlen mir immer noch drei Diamanten? Drei Stück. Was? Was? Als ob! Fick dich einfach spiel. Fick dich. Weißt du was? Fick dich einfach. Komm. Wir machen den Boss. Den müssen wir zu 100% noch machen. Fick dich einfach. Weißt du? Fick dich einfach. Komm schon. Was war alles für Diamanten? Komm schon. Ich habe wahrscheinlich drei Stunden gebraucht, bis ich die jetzt gefunden habe. Oh mein Gott. So. Okay. Wir müssen das Level schaffen, ohne einmal getroffen zu werden. So. Hoch da. Da ist der Boss. Ist der Boss. Jo. Greifst du an, Boss? Yeah. Okay. Weißt du? Müssen wir es schaffen, Boss. Ohne getroffen werden. Treffer. Weißt du? Oh. Achtung. So. Sehr gut. Und nochmal. Ich glaube. Ah. Das war knapp. Stopp. Yes. Da haben wir den Fähigkeitspunkt. Okay. Fehlt mir noch irgendwo ein Fähigkeitspunkt? Luftige Höhlen erst wieder. Aber die sind ja nicht hier. Dann als nächstes zu den Eishöhlen. Dann müssen wir den Nachtflug auch noch nachholen. Der wird fürchterlich. Der Nachtflug wird fürchterlich. Da muss ich nämlich erst wieder drei Stunden üben. Oh. Ähm. Really? Okay. Die hat dich gleich übersehen. Wow. Wow. Wie, 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 wie denn das? Hier habe ich ein Desk gemacht. Wow. So, schon weiter umschauen. Alle Gegner töten. Geh weg. Huuu. Ah. Bam, 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 bam. Was fehlt mir eigentlich alles? Alle Drachen habe ich. Alter. Mir fehlen 98 Kristalle. Ja, das ist viel. Das ist sehr viel. Da drüben liegt auf jeden Fall was. Wie komme ich da? Wie komme ich denn da hin? Ah, von da. Okay. Alter, hier sind ja 10 Millionen Kisten. Wie habe ich denn dieses Level ge... Wie habe ich denn dieses Level ge... Was ist denn los mit mir? Wie habe ich denn bitte dieses Level gespielt? Hier sind ja noch 10 Millionen Kisten. Oh mein Gott. Kein Wunder, dass wir so viele Diamanten gefehlt haben. Ah. Es gibt sogar eine abgesperrte Kiste. Okay. Gut. Müssen wir uns merken. Gut. Die Kristalle habe ich vorher schon... ...getriggert, aber... Ah, schau mal da drüben. So. Komme ich von hier aus wieder rüber? Nein. Ich muss also da rüber. Alter, was habe ich denn hier alles übersehen? Das ist ja unglaublich. Alter, ich komme auf mein Leben. Nicht klar. Oh mein Gott. Habe ich da eine Blind Challenge gespielt, da sie mir irgendwie... ...irgendwie eine Augenbinde umbinde oder was ist los mit mir? Ich glaube, ich habe da wirklich eine Ultra Blind Challenge gespielt. Spiele Spyro ohne wirklich was zu sehen. Komplett mit Augenbinde. Das wäre die einzige Möglichkeit, wie ich mir das erklären könnte. Gibt es hier noch was? Oh. Euch gibt es ja noch genau. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn zu euch? Hmm. Gehen wir jetzt erstmal zurück. Und holen uns jetzt erstmal die Kiste mit dem Schlüssel. Da hoch müssen. Da drüben sind die. Von da oben irgendwo wahrscheinlich. Wahrscheinlich von da oben irgendwo. Wo war denn jetzt nochmal die Kiste? Die war doch relativ am Anfang. Jetzt wäre ich da fast runtergefallen. Hey! Was passiert? Ist da der Tod? Ich glaube, der Lauter Tod. Geh weg! Also auf jeden Fall haben wir schon sehr viel mehr, als wir... ...vorher hatten. Wie viel fehlt mir denn noch? 46. Das ist... Das ist sehr viel. Ah, warte mal. Hier war die Kiste. Ich bezweifle jetzt mal sehr stark, dass da 46 Diamanten drin sind. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Nicht mal ansatzweise. Kann ich hier noch irgendwo hinspringen, wo... es Diamanten gibt. Es Diamanten gibt. Äh... Wo ist denn das Ziel? Da hinten. Dann sind die Kisten, zu denen ich will, da hinten. So weit kann ich ja nie und nimmer fliegen. So weit kann ich doch von hier aus nie und nimmer fliegen. Nee, 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 nee. Ich komme nicht mal in die Nähe. Nicht mal in die Nähe. Hi. Wie komme ich dann da hin? Warte mal. Hier bin ich jetzt genau. Warte mal. Ich muss an die Kisten da hinten rankommen. Ich nehme mal an, dass da nicht nur Leben drin sein werden. Sondern auch ein paar Diamanten. Da. Wie komme ich an diese Kisten? Wie komme ich an die Kisten? Warte mal. Funktioniert das? Ist das eine Möglichkeit? Geh mal weg. Aber hier war ich schon mal. Ja, ja, hier war ich schon mal. Achso, ich muss gegen die rennen. Achso, ich muss die rammen. Ah, ich muss diese, ich muss diese Laternen oder was? Das sind rammen. Achso. Aua. Ich glaube aber, hier gab es doch auch welche. Hier relativ am an... Da. So. Dann gibt es da jetzt wahrscheinlich die Letzten. Dann wird es da jetzt die Letzten geben. Okay, okay, okay. 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 Also gibt es jetzt endlich die Letzten Diamanten. Dann weiß ich aber immer noch nicht, wie ich da drüben hinkomme. Dann weiß ich aber immer noch nicht, wie ich da drüben hinkomme. An die Kisten. Geh weg. Oh, okay. Weg. 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 Hältst du? Ja. Na komm her. Und... Hey. Hör auf wegzulaufen. Und wir haben alles. Oder? Gut. Wie ich an diese Leben rankomme, weiß ich nicht. Aber brauchen wir auch nicht für die 100%. Nachtflug. Oh mein Gott, das wird jetzt dauern. Nachtflug. Also ich denke mal, es ist auf jeden Fall logisch, wenn wir zuerst hier diese Ringe machen. Dann hier die Kisten. So. So. Okay. Ah, fuck. Das sah doch schon ganz gut aus. Und dann noch Lichter. Was für Lichter. Wahrscheinlich ist da noch irgendwas, was man anzünden kann. Irgendwelche Fackeln oder irgendwie sowas. Nehme ich jetzt einfach mal an. So. Und... Zack, wunderbar. Yeah. Ich glaube, ich muss gar kein Feuer spucken, aber... Ich tue es halt trotzdem. Fuck! Ich habe die Kiste nicht erwischt. Ich glaube, wir sollten jetzt erst mal anfangen, die Lichter zu suchen. Warte mal, sind das hier die Lichter? Muss ich dann einfach in die Mitte davon schießen? Ah! Das sind die Lichter. Okay, 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 okay. Okay. Ich, 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 äh... Ich kriege das hin. So, wunderbar. Alle Ringe. Die Kisten... Sind ein bisschen tricky. Ist aber okay. Fuck. Ich darf halt keine, keine einzige Kiste oder so übersehen. Das war nicht gut. Das hat mich, glaube ich, extrem viel Zeit gekostet. Das hat mich, glaube ich, extrem viel Zeit. So. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nein! Halt's ab! Komm schon, die eine Sekunde! Oh mein Gott! So. Ich glaube, die Sekunde entstand da. Da. Da entsteht diese Sekunde. Ich darf mich halt nirgendwo erwischen lassen oder treffen lassen, weil es kostet mich viel zu viel Zeit. So. Dann, zack! Na, komm her! Geil! Das war schon wieder nicht gut. Das hat mich schon wieder so viel Zeit gekostet. Oh! Ich schaff das nicht! Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Geht das so besser? Ich weiß ja nicht, ob das so besser geht. Nee! Niemals! Nee, 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 nee. Ich verschwende gerade so viel Zeit. Ich verschwende gerade so viel Zeit. Das habe ich nicht mehr... Nee, 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 nee. So verschwende ich viel zu viel Zeit. Viel zu viel Zeit. Das muss ich schon so machen. Alles schön in einem Kreis. So. Okay, dann habe ich dich. Fuck! Ich will doch nur alle Diamanten. Ich habe es doch schon mal fast geschafft, weißt du? Um eine Sekunde oder so hätte ich es nicht geschafft. Komm schon! Es kann doch nicht so schwer sein. Ich glaube, ich bin schneller als vorher. Komm schon! Ja! Ja! 0,6 hatte ich noch! 0,6... Ihr seht es! Ich hatte noch 0,6 Sekunden! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe es gerade so noch geschafft! Ich glaube, das ist nicht die ideale Art und Weise, wie man das machen sollte. Aber ich habe es geschafft! Das ist das Wichtigste! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay! Ich glaube, dann haben wir jetzt aber hier alles zu 100% abgeschlossen, oder? Ja! Da haben wir auch alles. Das nächste beginnt bei den luftigen Höhlen. Und die haben wir hier. Ach, schau mal! Ich habe bei magischen Künstlern nicht mehr so alles auf der Welt. Ja, weil ich die eine Kiste nicht aufmachen kann! Deswegen, weil die eine scheiß Kiste da nicht aufgeht. Aber sonst fehlen uns relativ viele... Oh, Wirbel, viele haben wir sogar zu 100%. Das ist schön. Ja, Kristallflug natürlich wieder. Sonst fehlen uns halt relativ viele Diamanten. Alter, schau dir mal an, wie viele Diamanten uns da teilweise fehlen. Alpenkammer habe ich zu 100%. Das ist schön. Und hier fehlt halt wieder einiges. Okay, dann würde ich mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal sehen wir uns dann eben... ...in der Welt der magischen Künstler wieder. Und dann werden wir da mal versuchen, das ein oder andere Diamantchen noch zu bekommen. Also gut, meine Freunde, das war das Let's Base Spyro für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, ihr wird müde. ... Vielen Dank.